Einer kommt jetzt mit einer Glasflasche. Eine Glasflasche gab es nicht zur Zeit vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, oder andere Sachen. So ist das auch eine Bidda, aber das hat nichts mit der Religion zu tun. Deswegen sagte der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, Wer in unserer Angelegenheit bedeutet, in unserer Religion etwas hereinbringt, was nicht dazu gehört, so wird er abgewiesen. Das wird nicht von uns angenommen. Und die Bidda ist schlimm. Die Bidda ist sehr gefährlich. Warum? Weil du letztendlich sagst, der Islam hat einen Mangel. Er hat dir nicht alles beigebracht, so wie es sein sollte. Weil du sagst letztendlich, du musst das nicht mit der Zunge sagen, aber das ist das, weil du auch die Bidda machst, ist das auch zurückzuführen auf dich, auf deine Person. Du sagst, der Islam vor der Zeit des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, bis zu den Neuerern, war nicht perfekt. Erst als die Erneuerer kamen, haben sie ihn mit ihren eigenen Händen praktisch perfektioniert. Du sagst letztendlich, entweder war der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, unwissend über die Sache, die du jetzt machst und er zuvor nicht gemacht hat. Entweder war er unwissend darüber oder er hat es verheimlicht, versteckt vor dir und vor mir und hat diese Botschaft nicht überbracht. Und Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sagt, Oh, du Gesandter, verkünde das, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Allah hat es ihm befohlen. Er hat alles verkündet, aber du sagst, nein, entweder wusste er es nicht, der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, oder er hat diese Sache vor uns verheimlicht. Und das ist sehr, sehr schwer, so etwas zu behaupten. Auch wenn du sagst, ich sage das nicht, so sagst du es letztendlich mit deinen Taten und mit deiner Überzeugung, dass du dem Islam vorwürfst, dass er dir nicht alles beigebracht hat, dass du dem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, den Verrat beschuldigst. Und deswegen sagt Imam Malik, rahimuullah ta'ala, Man ibtada'a fil-Islami bid'a'ah, yaraaha hasana, faqadiza'ama anna Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam, khana, li anna Allah, azzawajal, yaqul, al-yawma akmaltu lakum dienukum. Derjenige, der behauptet, dass es eine gute Bid'a'ah, das heißt eine gute Neuerung gibt in der Religion, so hat er behauptet, dass der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, die Religion verraten hat. A'udhu billah. Warum? Wenn Allah sagt, al-yawma akmaltu lakum dienukum, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, dann ist sie vervollkommnet. Das heißt, sie ist abgeschlossen.